Jetzt wird es wieder ernst, sagt Gesundheitsminister Rudolf Anschober bei seiner mit Hochspannung erwarteten Erklärung am Dienstagvormittag hier im Gesundheitsministerium. Bundeskanzler Sebastian Kurz, der hat kürzlich seine Erklärung abgegeben, der Gesundheitsminister, der ist heute nachgefolgt sozusagen. Er hat noch einmal eine Bilanz gezogen der letzten sechs Monate des letzten halben Jahres. Es ist eine Corona-Bilanz, denn das Gesundheitsministerium, dem Anschober ja vorsteht, hat in den letzten Monaten eine Reihe an Anfragen auch bekommen. Und er hat noch einmal in seiner Bilanz zu den ersten drei Phasen Stellung bezogen, hat dann einen Ausblick gemacht auf die neue Phase, die jetzt startet, nämlich Phase 4. Anschober selbst, der hat sich optimistisch gezeigt, meint aber, man müsse dennoch zusammenhalten. Viele Punkte, die er angesprochen hat, sind an und für sich bekannt, ob es zu Verschärfungen kommen wird, beispielsweise Maskenpflicht in geschlossenen Räumen. Wie sieht es aus bei Veranstaltungen, Stichwort Fußballstadien, 10.000 Besucher, ja oder nein, Bundesliga-Start ist ja am 11. September. Oder auch Veranstaltungen wie Theater und Museen, wie es da aussieht. Dazu möchte sich der Gesundheitsminister dann erst am Mittwoch äußern und zwar mit Bundeskanzler Sebastian Kurz, der ja in den Sommergesprächen auch davon gesprochen hat, dass die Sozialkontakte in nächster Zeit auf ein Minimum reduziert werden sollen. Dennoch hat sich Anschober sehr optimistisch gezeigt und er hat auch eine Art Prognose schon vorgenommen, hat gemeint, wenn alles gut geht, dann gibt es im Jänner oder auch schon im Februar einen Impfstoff. Die EU würde hier schon in sehr guten Verhandlungen stehen und wenn es dann auch eine Zulassung gibt, könne man auch in Österreich viele Menschen impfen. Er hat gemeint oder hat sich die Latte hier hochgelegt, 50 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher könnten sich oder sollten sich im Idealfall gegen das Coronavirus impfen lassen und würden davon auch Gebrauch machen. Aber zuvor wartet einmal ein langer, langer Herbst, auch mit anderen Viren natürlich. Die Grippe hat natürlich dann auch wieder Hochsaison, wenn es etwas kühler wird. Er hat sich auch dafür ausgesprochen, jetzt in der Influenza-Zeit hier sehr achtsam umzugehen. Hat noch einmal an die Menschen appelliert, hier wirklich sorgsam zu handeln, nicht übermütig zu werden. Und auch die Corona-Ampel, die wird vorgestellt und zwar am Freitag. Also jede Menge spannender Themen im Kampf gegen Corona.